Was ist der derzeitiger Beruf? Ich bin Privatdetektiv. Ich glaube nicht, dass ich das besonders gut kann. Egal, wichtig ist ein gutes Foto zu kriegen. Sie sind Zeuge. Sie beide sollten sich schämen. Ich hoffe, dass Sie nicht irgendwelche illegale Arbeit für Scheidungen machen. Es gibt eine Menge Bullen, die es gerne sehen, wenn sie verschwinden. Denken Sie daran, Sie sind Zeuge. Beide sollten sich schämen. Sie wissen, wer zusammen mit Ihrer Frau getötet wurde, Tony? Carlos Stazio, berühmter Maler, reich. Ich will den, der das getan hat. Wer ist das? Stazios Frau. Ist sie seine Geliebte? Gehen Sie zu meinem Haus und werfen Sie diese Hexe Angelina raus. Ich kann Ihnen nicht helfen, fürchte ich. Wollen Sie wissen, wer Sie tötete? Sie sind der Mörber. Erschießt Sie. Sie hassen ihn, nicht wahr? Warum sagen Sie das? Warum haben Sie nicht versucht, aus dem Bett zu kommen? Sie hatten keine Angst. Ich glaube, seine Frau tötete sie. Wo ist die Pistole? Es wäre egal, er ist tot. Glaubst du, ich tötete ihn wegen seines Geldes? Menschen sind zu allem fähig. Sie ist eine sehr überzeugende Frau, sehr klug. Warum bist du bein geblieben, wenn er so schrecklich war? Er änderte sein Testament, dass sie alles bekommt und am selben Tag wurde er ermordet. Was für eine Pistole haben Sie? Beretta. Jemand will mich reinreiten, Frank. Wir wollen anders sein. Und dafür tun wir alles. Es ist Angelina, sie hat es getan. Ich weiß genau, wer es war. Sie lügt! Sie wissen, wer ihn ermordet ist, stimmt's? Wolltest du nicht alles dafür geben? Es war Angelina, nicht wahr? Wir müssen einander vertrauen. Hast du es getan? Nein! Hast du? Ich muss das. Sag's mir nur einmal. Hast du? Hast du es getan? Nein! Liam Neeson. Laura San Giacomo. Unter Verdacht. Du hast du es getan? Willkommen!